Okay, Joe, Joe, du bist betrunken. Okay, betrunken, gib mir deine Schlüssel. Oh, ich bin auch betrunken, also gebe ich dir meine Schlüssel. Okay, jetzt können wir beide nach Hause fahren. Haben Sie was getrunken, Sir? Nein, Officer, ich hatte nur ein Glas Essen zu meinem Wein. Okay, ich muss Sie bitten, auszusteigen und geradeaus zu laufen, Sir. Kommen Sie gut nach Hause, Sir. Es sind heute viele Verrückte unterwegs.